Wir machen im Vorprojekt immer nur Kostenvoranschläge. Denn nur so können wir unseren Kunden die Sicherheit geben, wo sie am Schluss mit ihren Baukosten werden landen. Kostenschätzungen machen wir nur in diesem Fall, wenn der Kunde einmal wissen will, ob ihm sein Traumhaus auch mit seinem Budget korrespondiert. Wir sind einfach auch extrem darauf stolz, dass wir am Schluss meistens eine Abweichung von 1-1,5% auf dem Kostenvoranschlag haben.